Liebe Kunden und Kundinnen von Genial Lokal, ich bin Bettina Tietjen und ich habe ein neues Buch geschrieben. Es heißt, früher war ich auch mal jung und es ist eine Zeitreise durch meine alten Tagebücher. Ich habe nämlich von 1974, da war ich 14, bis 1991, da war ich 31, mehr oder weniger regelmäßig Tagebuch geschrieben. Und diese Tagebücher, die habe ich irgendwann tief verborgen in meinem Keller wiedergefunden. Und was ich da drin entdeckt habe, das war sehr spannend und auch inspirierend für mich. Ich habe nämlich mein jüngeres Ich wieder ganz neu kennengelernt und bin ins Gespräch mit meinem jüngeren Ich gekommen. Und ob Sie es glauben oder nicht, man kann eine Menge lernen von seinem jungen Ich. Vielleicht haben Sie auch Lust, sich auf eine Zeitreise zu begeben und abzutauchen in eine Zeit, die längst vergessen war. Also gehen Sie zu Genial Lokal in Ihre Buchhandlung oder gehen Sie einfach auf geniallokal.de. Viel Spaß!